Heute habe ich für euch ein riesiges Mousepad von Asus. Es hat nämlich Maße von 900 x 440 mm und ist dabei 3 mm dick. Asus verspricht uns dabei eine weiche und glatte Oberfläche, damit die Maus super darauf hin und her gleiten kann. Außerdem ist die Rückseite gummiert, damit das Mousepad nicht auf eurem Schreibtisch hin und her gleitet. Drinnen enthalten, ganz wichtig, die Republic of Gamers Stickers und dieses Logo finden wir auch auf dem Mousepad rechts unten natürlich wieder. Tja, was soll ich sagen, die Qualität ist typisch für Asus. Die Maus gleitet super hin und her, es fühlt sich sehr weich an. Das Mousepad sitzt stabil auf eurem Schreibtisch, wie ihr sehen könnt. Also es ist eine volle Empfehlung von meiner Seite aus. Dieses Mousepad macht nämlich auch ohne RGB-Beleuchtung eine sehr gute Figur und kann ich jedem ans Herz legen.